Mein Name ist Christian Werner, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Ich lebe mit meiner Familie in Alten, wo ich als selbständiger Rechtsanwalt und Notar auch arbeite. Ich bin seit 15 Jahren im Gemeinderat, seit 10 Jahren im Kantonsrat und jetzt möchte ich gerne in den Nationalrat. Schon vor vier Jahren hat Christian Werner als Nationalrat kandidiert. Mit dem drittbesten Resultat von allen Kandidaten hat er den Einzug im Nationalrat 2015 zwar knapp verpasst, ist aber auf dem ersten Ersatzplatz gelandet. Nachdem er jetzt vier weitere Jahre unter anderem als Fraktionspräsident im Kantonsrat hat Erfahrungen sammeln, möchte er es jetzt wissen. Christian Werner lebt und hält, was er verspricht. Als langjähriger Gemeinderat, Kantonsrat und Fraktionspräsident setze ich mich ein für die Unabhängigkeit und Souveränität der Schweiz. Als Präsident des Kantonal-Soloturnischen Gewerbeverband kämpfen wir für mehr unternehmerische Freiheit und gegen unnötige Gesetze und Bürokratie. Als aktiver Milizoffizier und ehemaliger Komponiekommandant leistet ich einen Beitrag zur Sicherheit von unserem Land. Als Verwaltungsrat von MHC Alten setze ich mich für ein regionales Sport und für ein attraktives Freizeitangebot im Kanton Soloturn ein. Bei seiner Nationalratskandidatur wird Christian Werner von zahlreichen Persönlichkeiten aus dem Kanton Soloturn unterstützt. Hallo als Krenkner, ich unterstütze Christian Werner von Alten. Ich konnte ihn in den letzten Jahren als Fraktionschef kennenlernen. Er ist ehrlich, zuverlässig und macht einen super Piez. Darum gehört er für mich ganz klar nach Bern. Ich unterstütze Christian Werner, der sich mit viel Leidenschaft und Kompetenz für die Soloturner KMU für das Gewerbe einsetzt. Christian Werner ist verlässlich, geradlinig, kollegial und hat einen gesunden Menschenverstand. Er ist der Richtige für Bern. Im Nationalrat sitzen nach wie vor zwei Leute aus dem Gewerbe. Christian Werner ist ein wasschächter Gewerbler und wir haben das Gefühl, dass auch die Soloturner Delegation ein wasschächter Gewerbe auf Bern schicken. Ich unterstütze Christian Werner, weil ich ihn im Kantonsrat als bodenständiger Politiker kenne. Und als Gemeinspräsident ist mir wichtig, dass wir Leute bekommen, die die Gemeindeautonomie stützen und zuschauen. Ich durfte mit Christian Werner vier Jahre lang im grössten Wirtschaftsverband des Kantons Soloturn zusammenarbeiten. Dort habe ich ihn als sehr dynamisch, loyaler und pflichtbewusster Typ kennengelernt. Er ist mit seinen Dossiers immer sehr satt und fest aufgetreten. Er konnte mit seiner Gradleinigkeit hervorragend überzeugen. Darum kann ich Christian Werner als Nationalrat bestens empfehlen. Schätzte Wählerinnen und Wähler, ich würde mich freuen, im Oktober bei den Nationalratswahlen auf eure Unterstützung zu zählen. Herzlichen Dank für das Vertrauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.